Am Tag der Deutschen Einhaft sammerte die Caritas gemeinsam mit dem Fränkischen Tag Fahrräder für einkommensschwache Personen und Asylbewerber. Viele Menschen aus dem Landkreis Feuchern kamen und trachten alte, aber noch fahrtautliche Räder vorbei. Die Mitarbeiter der Caritas registrierten die Räder und gaben ihnen Nummern. Die Mitglieder des ADFC Feuchern kontrollierten die Fahrräder und stehen auf, wo man etwas repariert werden muss. Insgesamt kamen 54 Räder zusammen. Alle Beteiligten freuten sich sehr über die Gehaltschaft und bedanken sich für den zahlreichen Spendern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017